Alter, was machst du da? Füße am Tisch, das geht mal gar nicht, was durch der Chef das zusammen... Hi! Hu, zu einem Mann, let's play it. Das war, To-Go-Simulator. Erstmal schauen wir uns die K-Binnings an. So, man geht W, S, A, D. Sprint ist Left Shift. Ist das hier, oder? Ja. Jump ist Space. Okay. Pass, Attack ist links. Lecken ist... Warte mal... Okay, ich würde sagen, wir müssen einfach mal aus. Geil, und los geht's. Okay. Wo sind jetzt ein paar Menschen? Wie sehen wir die mal an? Hau und mein Mami! Ja mein Freund! Hau und mein Mami! Ja. Hehehe, ist das lustig? Wir probieren mit dem Auto, wie sehen wir das mal an? Die Steuerung kommt mit Gewöhnungsbedürftig, die kann jetzt noch nicht zu 100% Aber der Kerl fährt die ganze im Krall Ja, ok Sprinten wir mal Durch die Wälder hier Und da, da ist... Wow, wurde mir mal gehittet Von nem Car, äh nem Truck war das glaube ich sogar Schau mal, ob wir hier irgendwo hochjahren können Ja, genau Weißt du das? Schau mich nicht so blöd an! Schau mich nicht so blöd an! Hörst du das? Schau mich nicht so blöd an! Hä? Ja, du willst den Mama holen? Egal! Schau mich nicht an! Ja, genau! Jetzt mal lecken, ne? Was für lecken, ne? Äh, ich stehe auf deiner Hand, das ist geil! Ähm, was ist lecken gewesen? Ehe? Ja, ehe ist lecken! Was schreist du so? Ach, ich hab ihn in der Hand! Ist sehr geil! Wir kommen mal mit! Du willst uns sicher was kaufen! Spendier mir jetzt mal ein paar Chips dir! Ich will meine Mama holen! Ich will meine Mama holen! Du willst immer deine Mama holen! Ja, das freut mich! So, geh mal hinter die Theke! Und diese Geschreie legen mich auf! Oh, schau! Okay, jetzt lass ich die mal mit dem lecken! Was macht die da? Oh, schau! So, okay, so viel dazu! Ja, okay! Gibt's wahrscheinlich so geile Sachen hier drinnen! Oh, wie kam die Blayboy? Guck mal, was haben sie denn überhaupt alles? Hey, das Auto macht das Sport rechts unten! TV-Movie-Suite? Wo ist denn ein Ami-Spiel? Ach, keine Ahnung! Sieht aber echt aus! TV-Spiel-Film unten! Auf der linken Seite! Da oben ist Bravo, glaube ich, irgendwo! So, ist lustig! Und die Lack müssen sie selbst haben! Egal! Ich lebe sie da raus! So! Woah! Woah, okay! Das war lustig! WTF? Die schöne Explosion, ne? Kann man da rein gehen? Ne, wahrscheinlich! Aber dicht da vorne! Den LKW oder das Auto da? Okay, das ist nicht, aber da vorne! Die Musik ist auch sehr, sehr geil! Der geht's mir nicht lang, wir mal da rechts lang! Woah, was soll das denn? Achso! Hä? Da ist halt im Auto drinnen! Bam! Oh, scheiße! In der Garage ist da was drinnen? Das haut keine Lustig rein! Ähm, er will lecken! Okay, die Tür will er nicht lecken! Geh mal weiter! Och man! Irgendeine Straßenbeterne vom Spiel auf! Dann probieren wir! Ich suche mal die Leute vom Coffee-Stay-Studio! Da steht hier jemand! Entschuldigung! Ich will nur Hallo sagen! Was macht das für uns Blödsinn da? Hä? Was macht die jetzt? Die sitzt in der Luft! Im Tisch! Ach, egal! So! Dann dich mal! Okay, die haben alle so ne geile Arbeitsmoral! Ne, er nicht! Er schläft lieber! Jetzt arbeite doch mal! Hast du ein Problem? Arbeite! Egal! Das noch mal! So da hinten! Basketball-Fan! Für den Basketball! Der Basketball will ich! Alter, was machst du da? Wie fühlst du am Tisch? Das geht mal gar nicht! Was wirst du der Chef dazu sagen? Alter! Alter! Das soll doch gemütlich sein! Komm mit, mein Freund! Wie lange die Zunge auf ist! Fuck, er hat sich daher da die Zunge! Das muss wehtun! Hä? Hab ich den Tisch mitgenommen und nicht ihn? Ach geil! Hä, die ganze Schreibtisch! Okay, das ist geil! Komm da hoch! Mann, diese geht jetzt nicht! Der ist bloß Schreibtisch! Müsst du eben nochmal lecken! Blick Desk! Genau! Und zieh dir mal dahinter ein bisschen! Komm, mein kleines Geistlein! Komm mal! Ach geil, das hab ich so festgebracht, aber man kann ja springen! Vielleicht komm ich dann weiter! Nö, das funktioniert nicht so ganz! Hier mal in diese! Ich muss schnell in den Raum gehen! Nicht viel los! So, ist denn jetzt hier echt noch ein fleißiger Arbeiter da? Ja, du! Ach, das ist immer noch du! Deine Arbeitsmoral gefällt dem Chef bestimmt so sehr! Schuld! Alter, was machst du da? Hä? Hol dir mal Zeit! Lick Desk! Ich will nicht den... Lick Computer! Das ist geil! Komm! Computer! Du musst immer einen eigenen Computer haben! Ich stelle ihn auf den Tisch! So! Auf den Tisch! So! Auf den Tisch! Mal erfassen! Okay, das war Zeitlupe-Effekt! Der ist auch sehr geil! Hey, komm schon! Hier! Die Verlösen! Okay, lassen wir mal ein bisschen lecken! Lecken wir mal! Was anders! Hä? Junge, was machst du da? Oder was war das mit dem Kopf? Und jetzt? Im Kühlschrank, geil! Wir sind eh im Kühlschrank! Was machst du da, Junge? Ist das der Kühlschrank, oder? Nein, im Schrank! Okay! So! 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 Fahrrad fahren! Komm! Wir fahren mal Fahrrad! Das ist sicher geil! Komm! So! Fahrrad! Oh! Ein Fest! Wir fahren mal auf der Straße liegen! Und wie ihr seht, es gibt Punkte, wenn man vom Auto getroffen wird und so! Extrem geil! Und ja, komm, wir stehen mal wieder auf hier! Diese Feier, die ist überhaupt nicht schön! Da muss auch was getan werden! Wie erst du weiterredest! Junge Mann! Ich muss Zeitlupe! Anvisieren! Und weg hier! Alter, was machst du? Läuft gegen den Baum! Der King des Tages! Warte mal! Ich lasse mir los, aber dich finde ich cool! So! Zeitlupe raus! Du bist echt ein Genie! Entschuldigung, was klappt dich! Ja, Trampolin! Trampolin! Ja, genau! Aufs Trampolin! Ja! Aufs Dach! Aufs Dach! Nein! Fass nochmal! Immer noch nicht! Doch nochmal! Alter, was machst du denn da? Alter, du bist gebläde! Weißt du denn? Noch ein letztes Mal probiert! Boah, so scheiße! Na egal! Kann man da hochklettern und vor dem Trump springen? Wäre auch sehr lustig! Komm schon, geh die Treppe! Oh, der kann er durch! Das ist so! Und was machst du deinem Kopf, Junge? Da oben ist ein Trophäe, glaube ich! Hier oben ist ein Trophäe, glaube ich! Sieht ganz aus! Lass uns die holen! Let's go da hoch! What the fuck! Einfach da hingehen! Ja! Und jetzt der Sprung! Und jetzt der Sprung! Der Welt! Ja! So! Gehen wir noch einmal auf den... Oder wieder noch einmal! Gehe wir einfach einmal da auf den! Ich bin ein Kran hier hoch! Aber da, wie ich sagen! Der Erfolg ist auch schon vorbei! Oh mein Gott! Sieht sehr spannend aus. Kann man mal lecken hier oder so? Das sieht doch besser aus. Okay, lass mal lecken. Hey, da kann man den oben ablecken. Ich will nicht lecken. Scheiße, wäre aber geil. Okay, jetzt brauchen wir Zeitlupe. Die Zeit wird langsamer, obwohl wir können auch noch klettern. Geht es mir hier auf oder? Ich habe springt einfach runter. Oh, scheiße. Na ja, knapp verfehlt. Ich würde sagen, ganz anschauen, das war es jetzt. Zum Schluss noch ein Irgendwo-Tochjahr-und-60. Boah, eben doch nicht. Truck, geh hoch! Oh, endlich. Oh, das war glaube ich nicht ich. Da bestimmt eine andere Ziege. Und selbst die Ziege findet, die Betriebepreise zu hoch hier. Aber kann nichts dagegen tun, obwohl die sind endlich nicht richtig betriebe. Oh, mein Gott! So, alles ganz schön aufgeräumt. Will ich da was langs anschauen. Tschüss. Euer Sticker-Freak-Option. Schauen wir noch kurz nach. Fullscreen, okay. Super, das ist mein Menü. Tschüss, euer Sticker-Freak. Tschau. Untertitelung. BR 2018